Die Frage, warum wir heutzutage Literaturhäuser brauchen, oder speziell jetzt dieses neue Literaturhaus in Heilbronn, ist eigentlich einfach zu beantworten. Ein Literaturhaus ist eine Herberge für die Sprache, für besondere Wörter, für besondere Sätze. Und diese Unterkunft, die die Sprache dort findet, ist nicht so wie in einer Bibliothek, dass die Bücher aneinandergereiht sind, säuberlich aufgereiht sind, sondern da führen sie dann doch ein Eigenleben. Man kann sie erleben, die Literatur, die dichterische Sprache, wie sie ihr Wesen treibt und wie sie ihr Unwesen treibt. Ich glaube, das ist sehr schön für die Besucher eines solchen Hauses. Ja, das Literaturhaus Heilbronn ist natürlich aufgrund seiner wunderschönen Lage schon eine Ausnahmeerscheinung innerhalb der deutschen Literaturhäuser, das muss man einfach so sagen. Jeder Ort, an dem Literatur stattfindet, wirkt auch auf die Präsentation, auf das Erleben der Dichtung ein. Und insofern erwarte ich mir von diesem Literaturhaus in Heilbronn das Schönste, das Beste und ich wünsche dem Haus auch so etwas.